Hallo, herzlich willkommen beim Wetter von wetter.net. Ja, das Hoch Brigitta ist immer noch da. Das liegt momentan mit seinem Zentrum hier über Polen. Aber es betrifft auch uns, denn das Hoch erstreckt sich bis nach Deutschland rüber, teilweise bis nach Großbritannien. Es ist aber nicht mehr ganz so stabil, denn hier im Norden, da können Wolken ankommen. Die bringen in den nächsten Tagen stellenweise ein bisschen Regen. Hier und da kann es auch mal vor allen Dingen in der Nacht glatt werden. Die Höchstwerte von den Donnerstag, die zeigen es schon, frostfrei bleibt es meist hier im Nordwesten. Und der ganze grüne Bereich, der symbolisiert Regionen, in denen bleibt es meist frostig, auch am Tag mit Temperaturen um oder unter 0 Grad. Im Osten, da geht der Frost in Niederungen ohnehin weiter. Schauen wir uns hier mal den Temperaturtrend an für Erfurt. Ja, und dann sehen wir eigentlich, die Temperaturen bleiben durchweg um oder unter 0 Grad und kommen in den nächsten Tagen, bis in die nächste Woche hinein, nicht in den positiven Bereich. Noch ein Blick auf die Ensemble-Vorhersage und dann sehen wir, dass im Westen was passiert. Es wird langsam milder und zwar hier mal Frankfurt am Main. Es bleibt bis in die nächste Woche hinein doch weitgehend bei Temperaturen um oder unter 0 Grad in Frankfurt. Aber dann Richtung Monatswechsel, da tut sich was. Es wird unsicherer, aber im Mittel, das ist diese rote Linie, gehen wohl die Temperaturen zum Monatsende Richtung Februar in die Höhe. Es wird nämlich von Westen wieder milder, aber zunächst nur in der Höhe. Und es dauert eine ganze Weile, bis sich diese milde Höhenluft auch am Erdboden durchsetzen kann. Und ob es dann nächste Woche wirklich eine Glatteis-Wetterlage gibt, das ist noch unsicher, denn momentan sieht es einfach nicht danach aus, als würde es Niederschlag geben, sondern einfach nur mild werden in der Höhe. Ja, mit diesen Wetteraussichten noch einen schönen Tag. Tschüss, bis bald. Ja, mit diesen Tag. Tschüss, bis bald.